Habt ihr auch Angst, euer Geld irgendwo anzulegen, ohne zu wissen, ob und wenn ja, wie viel wieder zurückkommt? Kann ich gut nachvollziehen, denn Risiken haben viele Gesichter und heute schauen wir uns an, wie diese aussehen, wie ihr Risiken erkennen und vor allem auch vermeiden könnt. Hi, ich bin Ivan von Evergreen. Bei der Geldanlage gibt es drei wesentliche Risiken, die es zu beachten gilt, damit ihr euer Geld nicht in den Sand setzt. Zwei dieser Gründe haben direkt mit der Geldanlage selbst zu tun. Das dritte Risiko hat gar nicht so sehr damit zu tun, wie ihr das Geld anlegt, sondern bei wem. Fangen wir mit den ersten beiden Risiken an und starten mit dem sogenannten Ausfallrisiko. Ausfallrisiko, wie der Name schon sagt, bedeutet, dass die Geldanlage, in die ihr investiert habt, komplett ausfällt. Das heißt, das Geld ist weg, kommt auch nie wieder zurück. Wie manifestiert sich das in der Realität? Also stellt euch vor, ihr steckt euer Geld in eine bestimmte Aktie eines Unternehmens. Das Unternehmen geht pleite und erholt sich auch nie wieder. Ihr seht von dem Geld in aller Regel nichts. Oder ihr gebt das Geld als Kredit an einen Unternehmen, zum Beispiel in Form einer Anleihe. Wenn das Unternehmen dann pleite geht, ist das Geld in aller Regel auch weg. Ähnliches ist beispielsweise passiert mit den Krediten an den griechischen Staat vor einigen Jahren. Das waren im Wesentlichen auch Kredite, entweder von Banken oder anderen Institutionen, aber teilweise auch von Privatpersonen, die in Form von Anleihen dem griechischen Staat einen Kredit gegeben haben. Wenn der griechische Staat dann pleite geht, dann ist das Geld auch weg. Die gute Nachricht beim sogenannten Ausfallrisiko ist, ihr könnt es im Prinzip komplett umgehen, indem ihr einfach nicht nur auf eine einzige Aktie oder eine Anlageform setzt, sondern das Geld breit streut. Habt ihr beispielsweise in Form eines Fonds tausend oder mehr Aktien im Depot, dann spielt es auch eine untergeordnete Rolle, ob eines dieser Unternehmen in dem großen Aktienkorb dann pleite geht oder nicht. Ihr habt dieses Ausfallrisiko dann quasi weg diversifiziert, wie man so schön sagt. Die zweite Risikoart sind sogenannte Wertschwankungen. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Preise zum Beispiel eines Investmentfonds oder eines Aktienindex immer wieder schwanken. Die Preise gehen mal rauf und mal runter und das Risiko besteht hierbei, dass ihr zu einem ungünstigsten Zeitpunkt kauft oder verkauft. Man spricht vom sogenannten Timingrisiko. Deswegen soll man bei Kapitalanlagen, wie beispielsweise Aktienfonds, möglichst viel Zeit mitbringen. Denn je länger die Haltedauer dieser Kapitalanlagen, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit einem positiven Ergebnis wieder verkaufen könnt. Ob das Wertschwankungsrisiko also für euch in diesem Fall relevant wird, hängt einzig und allein davon ab, wann ihr die Kapitalanlage erwerbt und wann ihr sie wieder verkauft. Im besten Fall habt ihr zu einem Zeitpunkt gekauft, als eure Anlage sehr günstig bewertet war und verkauft dann, wenn diese Anlage viel höher bewertet wird und ihr einen höheren Preis erzielen könnt. Die dritte Risikoform bei der Geldanlage hat überhaupt nichts mit der Geldanlage selbst zu tun, sondern mit demjenigen, der euch die Anlage verkauft. Derjenige, der euch etwas verkauft, der könnte im schlimmsten Fall einfach mit eurem Geld abhauen. Dann seht ihr das Geld nie wieder. Das passiert zugegebenermaßen relativ selten. Die anderen beiden Möglichkeiten, mit denen der Verkäufer mehr verdient als ihr selbst, die sind aber nicht nur ab und zu zu beobachten, sondern im Prinzip die Regel. Zunächst einmal ist es fast immer üblich, dass der Verkäufer der Geldanlage, egal ob es die Sparkasse oder ein Finanzvermittler oder ein Versicherungsberater ist, euch eine große Provision vom eingezahlten Betrag abziehen. Das heißt, von den vermeintlich 10.000 Euro, die ihr anlegt, werden tatsächlich nur 9.000 Euro angelegt. Der Rest wandert erstmal als Provision an den Verkäufer oder Berater, wie sich manche Verkäufer auch nennen. Nun dauert es in der aktuellen Zinssituation zunächst mal unheimlich lange, mit Erträgen diese aufgelaufenen Provisionen erstmal zu kompensieren, damit ihr bei Null starten könnt. Habt ihr das dann irgendwann geschafft, kommen die ganzen laufenden Kosten dazu. Zum Thema Gebühren und nicht nur die offensichtlichen, sondern auch die vielen versteckten Gebühren haben wir euch ein Video gemacht, das findet ihr hier oben in der Ecke. Diese Gebühren sind meistens so hoch, dass sie die aktuell niedrigen erzielbaren Erträge am Kapitalmarkt überkompensieren. Das bedeutet eine systematische Geldvernichtung mit Ansage. Ihr seht, häufig ist es wichtig, den Verkäufer oder Berater zu hinterfragen, als die eigentliche Geldanlage. Das Thema Geldanlage ist ein Minenfeld mit vielen Risiken und Fehlern, die es zu vermeiden gilt. Deshalb abonniert unseren Kanal, um informiert zu bleiben. Bis bald und viele Grüße aus Leipzig.